die frage ist also fenster offen ok es war da nix hier ist hinten lang ok es war zumal es verriegelt und verarmt wir müssen auch seiten lang wir können uns verstecken hier kann man nicht benutzen es liegt ja auch nix rum aber ich halte das die batterien aus ich weiß nicht was da jetzt kommt ich habe mega mega bammel gerade warte mal wir müssen hier rum auch nach unten der saustall hier finde ein weg aus der kanalisation ja du bist ja lustig ich sehe nix scheiße da ist alles dunkel ich weiß gar nicht wo ich lang soll ok da ist eine mauer ok da ist nix ok da ist auch nix ich krieg mega gänsehaut gerade leck mich am hühnerauge ok das auch alles zu boah das ist so spannend das ist man weiß echt nicht was kommt oder was sie in der nächsten biebung erwartet was diese dunklen ähm winkel und ich siehst du brauchst die kamera für und das macht es dann gleich wieder so interessant ich fühle das mega ey grüß euch alle wie ihr das gerade seht hier recht herzlich willkommen zu meinem outlast let's play ich bin zwar nicht viel grunk aber ich würde es auch gar nicht sein aber ich versuche doch so ein bisschen mehr qualität in meinen let's play zu setzen und wissen euch zu unterhalten und die nicht einfach nur gut dass ich hier lang gegangen bin jetzt immer noch mal zu lesen das kühlt nämlich grad die sache so ein bisschen ab ok notiz denke ich mal nein ok das ist mit bleistift auf die rückseite eines aufnahmeformulars geschrieben handschrift gleicht schriftstücken des patienten vater martin ausgebohnt baut 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 zu hart ist die kann ich keine ok wie geht es jetzt hier lang so ich bin jetzt von hier ich muss da rein ok ok da bin ich gerade und da sind wir glaube ich gekommen da müssen wir jetzt speichert ich kenne dort die scheiße oh man oh man schöne grüße gehen raus an die blut und drehe zwei ventile auf um das wasser abzulassen ok was haben wir hier da haben wir den das ist prison block train female war train female war das stand für männliche oder weibliche ich weiß es jetzt nicht irgendwo müssen wir lang das heißt wir sind jetzt in dem tunnel der also da orange und gelb so quer gehen das sind wir denke ich mal den orangen also rechts rüber in den raum rein und da in den und dann ja es dürfte ja eigentlich nicht schwer sein warte mal ich will gerade mal was gucken ob man darunter können wir nicht also das heißt wenn dann geht es nur in diese richtung wieder zurück falls sie angegriffen wären so lauer junction tauchen wir jetzt glaube ich keine gute idee oder habe ich da gerade was gesehen das ist riecht auto oh nein schrei die scheiße die musik die nervt ach es ist gar nicht lang lauf lauf nein ich hätte doch weiter reingehen soll leider ich bleib da stehen aber ich muss doch rechts rein oder was geradeaus ging es auch nicht moment schon mal ich muss ja doch ja und ja ich muss auch ja 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Mann! Trait! Kette Trait aus und der Panela nicht feuer! Das ist automatisch für ein Spiel so. Wenn du eine Aktion betätigst, machst oder ausfüllen musst, damit du weiterkommst, kann man damit rechnen, dass man einen Besuch bekommt. Ich glaube nicht, ich hätte es zurück geschafft. Jetzt bin ich gleich gegengelaufen. Ich habe keinen Bock auf eine Prügel. Dieser feige Journalist, der hat nicht mal Kampfsport gemacht. Das ist doch scheiße. Der hat jetzt gleich eine Camper-Gree auf dem Kopf. Aber hier... Ruhig! Ich hätte jetzt rausgehen sollen. Nein! Nein! Den Kameran, ich sehe noch nichts! Renn doch! Renn! Na lang! Renn! Nein! Fortschreitung! Ja! 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 Ich kritisch! Ich kritisch! Ich kritisch! Reit! 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 Es geht nur strax wieder hinten links. Weil, hier geht Batterien drauf. da unten rein erstmal scheiße komme ich nicht weiter und hier kommen wir wieder raus ich warte jetzt bis er da hinten rein zimmert ich glaube ich muss ein bisschen geduld und warten da war denn noch batterien wird langsam weniger jetzt können wir nur warten scheiße ja wo bleibt er denn will der ewig dahinten bleiben ist er das jetzt oder nicht ja 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 ich ja ja wenn ich ja 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 hier scheinbar doch richtig zu sein ja da ist nur dadurch kann er ja nicht oder vorne war jetzt komm wir weg dich welche richtung müssen wir denn jetzt drüber du waren noch ob es ja ziemlich weit entfernt ach nee wir müssen ja da lang wir müssen wir ach so wir müssen das rohr runter ja stimmt ja du siehst mich nicht du siehst mich einfach nicht bis er jetzt da abgebogen ist es ist eine leider Oh mein Gott. ganz leise die bestätigt gott sei dank wir haben es kann ich jetzt nicht gucken heftig alter sind das unten angelangt mann runter gekommen ist was war durch die kloake was immer mit dir passiert ist ich hätte es ganz gerne mal wieder so ein bisschen Tageslicht da ist zu da ist vergittert Alter so blödes Ding du und die wissen aber ganz genau wie sie das Spiel interessant gestaltet haben von so what kann ich kann ich kann gar nicht um die Ecke gucken scheiße ich trau dem hier irgendwie grad nicht ey der trampelt trotzdem auch wenn ich krieche runterkriechen geht nicht ich kann wir sind die 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 Der Doktor ist tot. Das wissen Sie, oder? Der Doktor ist tot, bevor er überhaupt anfing. Welcher Erfahrung fällt ein toter Doktor am lebenden Patienten durch? Das ist hier die Frage. Okay. Du wohnst hier oben? Finde ich toll. Oh, guck mal, Alter. Schöne Qualitätsfarbe, du. Kennt man als Maler. Soweit ist jetzt mit Batterien. Gibt es hier mal keine Batterie. Ich habe nämlich nicht mehr viele Batterien. Ach, darunter. Hier, gib mir mal eine Batterie, Mann. Weiß nicht, was mit dem... Hier war doch geil und hat noch gesungen. Ähm... Kann ich die Batterie nicht aufheben? So. Der hat doch gerade noch gelebt. Was ist hier passiert? Alter. Keine Schleißspuren. Oh, krasses Geile. Nee, krass Geile. Nee, überhaupt der Aquirus. Wat denn? Darf ich das nicht sagen? Nö. Okay. Ich weiß nicht. Ich lasse das... Wollte ich das offen lassen? Ja, sonst erstickst du hier drinnen noch. Okay? So, ich geh mal runter. Okay? Okay? Gut. Ich weiß, da ist zu... Das sind pur puren Flüsse, Alter. So ein bisschen anders dargestellt. Ich weiß. Fehmalewort. Mahlewort. Okay, das heißt... Fehmale war... Mahle. Ich weiß es jetzt nicht, was Fehmale und Mahle war. Ein Moment. Okay, Google. Was bedeutet Fehmale? Okay, Google. Was heißt Fehmale? Fehmale. Hm. Google ist voll für den Arsch. Okay, einmal machen wir das. Okay, Google. Was heißt Mahle? Wart. Danke. Können wir weiter machen. Okay, also das Rote haben wir... äh, äh, ist es, ne? Pur puren Flüsse. Also, Grüße an die Frauenwelt. Und, äh... Wir gehen jetzt in die Welt, in die... Scheiße, wieso fließt das auch noch in die Richtung? Okay, ich würd mir Gedanken machen. Haben sie vielleicht die Schilder vertauscht? Oh, hier, hier. Hm, ein Putzeimer. Dem... What? Alter! Alles okay? Hallo? Warum fällt der einfach so darunter? Puh, der holt auf jeden Fall keine Luft mehr. Ei, ei, ei. Oh, Mann, das ist ein richtiger Kloatier. Oh, der Ruder. Hat dir einer ge... Das ist Papier, okay? Haben wir was gezeichnet? Was ist dat dann? Ih, lecker. Das ist Schafsmagen, hör mal. 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 Vielen Dank.